Und Herzlich Willkommen zurück bei HMC heute, weil nur ein kleines Infovideo in der Together-Welt, die ich meinen Singleplayern geholt habe. Ja, ich habe hier so Schilder hingesetzt, die das Ganze automatisieren. Wenn ich hier drauf drücke, sieht man, es baut sich ständig automatisch ab und die Blöcke kommen. Hier kann man den wieder ausschalten. Nun kommt nichts mehr. Ich habe das Ganze ganz einfach gemacht, dass mit dem Schild, dass ich, wenn ich hier drauf drücke, einen Redstone-Wire und hier eine Luft, das zeige ich auch nochmal eben. Hui, da unten haben wir das Loch. Das Ganze ist hier, kein Redstone. Wenn ich da jetzt drauf drücke, ist das nervig. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, man hört schon, wie das weitergeht und... Oh, da ist ein Redstone. Ja, mal eben meinen Comment-Block-Output auf False und schon sieht man das nicht mehr. So, aber nun, wie geht das eigentlich? Dafür habe ich mir ein Programm runtergeladen, was ich Ihnen schon gezeigt habe, womit man sich Schilder erstellen kann. Von Crushed Pixel. Und da habe ich einfach hier hingeschrieben, was drauf soll. Wird dann halt off on. Und dann hier Set-Log-Koordinate. Und dann halt R. Für Luft und Redstone-Wire für Redstone. Ja, das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und hier siehst du den Abo-Button, wo du dich kostenlos abonnieren kannst. Und das letzte Video. Schau mal heim. Ciao. 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 Ciao.